Guten Morgen, Papa. Moin. An diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Ja. Kannst du dir etwas Schöneres vorstellen, als mit deiner Tochter einen Podcast aufzunehmen? Natürlich nicht. Nicht gewackelt. Ich habe mich hier mit meinem Käppchen ausgestattet und dann reden wir heute mal ein bisschen über Osteopathie. Ein Thema, wozu ich gar nicht so viel weiß, aber du kannst mir ein bisschen was erzählen. Dann kannst du noch was lernen heute. Wirklich. Ein tolles Thema, ein schwieriges Thema, finde ich, zu erklären und ein langweiliger Name. Wenn ich Osteopathie höre, dann denke ich, oh, stundenlang rumhocken, dann nur was für Oberspezialisten. Deswegen, der Name ist falsch, weil es tut ja nicht der Knochen weh. Osteo heißt der Knochen, Pato heißt ich leide. Und die Wissenschaft ist ja nun nicht das Leiden der Knochen, sondern es dreht sich darum, eine besondere Art der Behandlungsform, die Spezialisten, sagen wir mal, in der Form ausüben, um zu fühlen, was in einem Tier vor sich geht, was da zu fühlen ist, eben und das dadurch auch zu beeinflussen. Obwohl sie eigentlich gar nichts beeinflussen. Das ist das Komische. Als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich eigentlich nicht gedacht, dass ich noch was lernen würde auf dem Gebiet. Ich habe es irgendwie, keine Ahnung, aus welchen Gründen, zumindest habe ich geahnt, dass es sehr interessant ist. Du hast jetzt im letzten Jahr nochmal Osteopathie-Kurse gemacht. Ja, zwei Jahre alt, natürlich an dem Wochenende. Es war sehr intensiv. Ich hatte einen großen Vorteil, was allerdings mit einem Fragezeichen ist, warum machen eigentlich Männer keine Osteopathie? Ja, stimmt, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Das sind immer die Tierärztinnen, also die Tierärztinnen, die eher die Osteopathie machen. Ja, mein Kurs war circa mit 30 Tierärztinnen. Es hatte einen Vorteil, ich konnte immer direkt auf die Toilette, keine Schlangen. Toll. Ist so. Aber das ist wirklich die Frage, können Männer nicht fühlen, wollen sie nicht fühlen? Irgendwo muss da die Antwort stecken. Aber das interessiert unsere Zuhörer nicht, sondern sie wollen wissen, was die Osteopathie bedeutet. Und da kann ich etwas am Anfang bringen, was mich erstmal irritiert hat. Also, dass da Fachbegriffe gebraucht werden, wie Stagging und das und was weiß ich. Also, ich habe ja eine angeborene Phobie vor Fremdwörtern. Ja. Ja, ein Fremdwort ist für mich wie ein Mikrotrauma, was ich wirklich schnell vergessen will, weil ich es ja nun nicht ganz kapiere. Ja, und dann kamen dann auch wieder die Fachbegriffe und schon weiter. Und dann habe ich natürlich gedacht, oh je, was mache ich hier? Ähnlich wie bei der Dunkelfeldmikroskopie. Ja, da wollte ich am Anfang auch schon davonlaufen. Und das hat sich aber natürlich ganz schnell aufgelöst. Aber trotzdem, das große Problem war für mich zu verstehen, dass eigentlich am Tier gar nichts gemacht wird. Sondern, also der Organismus. Der Organismus soll arbeiten. Sondern Osteopathie ist eher, also Entschuldigung, überhaupt generell, wenn ich jetzt was Falsches sage, was die Fachleute dann anders artikulieren würden. Aber von mir selbst kann ich aussagen, dass eben dieses Einfüllen in den Organismus mit allen Sinnen, natürlich benutzt man die Hände, aber letztendlich gehören alle Sinne dazu, eigentlich dazu führt, dass der Organismus selbst etwas tun darf. Ich möchte das vergleichen bildhaft. Das ist mir vorhin auf dem Spaziergang, als ich einen kleinen violetten Wetterling gesehen habe, will ich das in einem Beispiel darstellen, was Angst ist. Wenn wir Angst haben, dann atmen wir nicht mehr richtig. Also wenn wir einen Schreck kriegen, geht die Atmung weg, das Zwerchfell. Ja, das heißt, die Kommunikation des Körpers wird gestört. Und das heißt, Angst zu besiegen oder im Training eben davon frei zu sein, sich konzentrieren zu können, heißt auch immer, gute Atmung. Tiefe Atmung, Atmung der Mitte. Nicht nur Bauch, sondern Atmung der Mitte heißt mit Zwerchfell, aber auch eben mit Bauch. Nicht nur Brustkorb, weil das eben hier mehr Blockaden bringt. So, und wie kann man mit Ängsten umgehen? Nicht, indem man vor ihnen davonläuft oder sie versteckt, sondern eher dadurch, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Ängste wollen lieb gehabt werden. Bedeutet, wenn sie sich irgendwo versteckt haben, ist es ganz gut, mit Ängsten umzugehen, indem man sich um sie kümmert. Sie akzeptiert und versucht, sie zu verstehen, um sie einfach mitlaufen zu lassen. Dadurch verlieren sie Angestalt. Beim Tier oder beim Organismus ist das Problem eigentlich, Krankheit ist irgendwo Angst. Bedeutet, dass die Atmung nicht mehr richtig geht, dass das Zwerchfell nicht mehr freischwingen kann, dass Zähnen auch erstarrt sind, dass Blockaden da sind, nicht nur in einem Organ oder in einem Gelenk, sondern im gesamten Körper. Weil Ängste oder Zelldaren sind ansteckend in der Form oder durchgängig, weil es im Körper überhaupt keine Begrenzungen gibt. So, das ist vielleicht jetzt ein bisschen arg philosophisch. Kommen wir mal von der anderen Seite. Ich muss jetzt noch eine Frage stellen, weil nicht, dass das irgendwas zur Sache tut, aber ich denke, irgendein Hörer wird sich das vielleicht fragen. Was hat das alles mit dem linafarbenen Schmetterling zu tun? Nichts und alles. Du hast vergessen, die Metapher zu schließen. Ja, in dem Moment, als ich den halt gesehen habe, habe ich gerade dieses Gedankbild. Hast du das gedacht? Ah ja, okay. Ja, du weißt ja, dass ich da verrückt bin und weil ich mir halt so eigentlich wenig merken kann. Und deswegen habe ich immer so Gedankenverknüpfung. Also wenn ich Osteopathie denke, dann denke ich, den Organismus zu helfen, dass er sich befreien kann. Und wenn ich den Violetten Schmetterling bildhaft sehe, dann denke ich an das, was ich in dem Moment gerade gedacht habe. Ja. Da habe ich mir eben den Vergleich gedacht, dass eigentlich ein Körper oder ein Organismus, der Osteopathie braucht, auch irgendwo Angst hat. Weil alles ist in Bewegung, im Fluss. Und etwas, was nicht mehr im Fluss ist, ist eben nicht mehr die fröhliche Freiheit, sondern eben eine Art Erstarrung, eine Art Energieverlust und was wir dann letztendlich fühlen, eben auch eine Blockade. Was macht man in der Osteopathie genau? Also man nutzt ja nur die Hände, oder? Oder gibt es auch noch Gegenstände, mit denen man arbeitet? Oder wie funktioniert das Ganze? Wenn es nur die Hände wären, dann wäre Osteopathie möglich, in gewisser Form. Ich will hier die Brücke bauen, auch zu normalen Menschen. Ich erlebe immer wieder, dass bei Hundebesitzern, dass man auf etwas hinweist, dass die Hunde zum Beispiel ein dickes Genick hat oder einen heißen Kopf, dass man sie fragt, also wenn ich sie frage, haben sie das gemerkt? Oder ich sage es einfach, immer wieder die Besitzern, meistens eben auch die Besitzerinnen, wieder mal dann sagen, ja, das habe ich immer schon gefühlt. Ja, der hatte schon früher auch eben einen heißen Kopf oder ich habe das gemerkt, dass das hier so hart ist oder nicht so dick ist. Aber sie machen sich keinen Kopf draus, weil ihnen da die Verbindung steht. Das heißt, Osteopathie und Physiotherapie, das sind alles Fachbegriffe, wo Spezialisten sich damit beschäftigen und damit auch arbeiten, auch Geld verdienen. Und das andere ist eben der Mensch, der denkt, oh, es geht mich nichts an, ich habe da nichts zu sagen. Aber die einfache Osteopathie, nämlich zu fühlen, was im Tier vorgeht, erinnere sich an unsere zehn Punkte, worauf man achten kann, was wir ja sicher noch mal ein paar Mal zitieren werden, das ist eigentlich auch am Organismus fühlen, dabei Selbstgefühle entwickeln und auf der anderen Seite auch interpretieren und eventuell sogar was zur Lösung beitragen. Das wissen ja die Besitzer auch, zum Beispiel die Massage machen oder Qigongka-Massage, dass sie mit der Rückenmassage nach hinten durchaus, wenn es oft genug passiert und andere Hilfsinstrumente benutzt werden, wie Vitalstoffe und so weiter alles, dann eben auch zur Entspannung im Genick beitragen können. Das heißt, irgendwo muss das ein Gesamtbegriff sein. Aber gehen wir jetzt mal zu den richtigen Osteopathen, also Osteopathinnen, was machen die eigentlich? Sie nutzen nicht nur die Hände, sondern, das ist ja der Spezialisierte, nicht nur die Hände, sondern auch ihr Gefühl, ihren Geist. Das heißt, sie sagen nicht die Hände und dann, ah ja, da ist dick oder dünn und so weiter, jetzt kann ich schon was dazu sagen, sondern sie aktivieren erst mal das Magnetfeld ihres Armes. Ich meine, die Hand ist ja das, womit wir befüllen und dadurch aber auch schon Signale bekommen, was das ist. So, wenn wir die Hände nicht gebrauchen können, könnte man mit den Füßen füllen. Aber bei uns ist die Arbeitsteilung ja so, einfach weil wir das begreifen können. Und Osteopathen aktivieren praktisch erst mal, das ist die Übung, ihren Geist aktivieren, dass sie hier einen Impuls reinbekommen. Erinnere dich an den Film, wo ich gezeigt habe, dass wenn die Hunde Zwerchfellspannung haben, dass man von außen nicht einmal es fühlen muss, sondern nur den Leitstrahl der Gedanken praktisch, ja, nur zeigen muss. Und selbst wenn es der Hund nicht sieht, einfach so von unten und trotzdem geht der dann nach oben. Na, das sind Verbindungen. Nennen es Licht oder nennen es Elektromagnetismus, das wissen wir ja gar nicht genau. Aber wir können es fühlen. Und so aktivieren wir oder die Osteopathen eben ihren Geist, etwas zu fühlen, hier, sagen wir mal, eine verlängerte magnetische Achse des Darmes und der Kommunikation mit dem Gehirn darzustellen. So, da erstmal legt man natürlich dann die Hände auf. Ja, aber dann kommen die groben Entscheidungen. In der Form, dass man sich Zeit lässt, reinzufühlen. Also, tatsächlich mit den Gedanken vorstellt, wo bin ich jetzt? Ich bin natürlich erstmal auf der Haut. Dann bin ich in der Unterhaut. Dann bin ich in der Muskulatur, in der Oberflächenfaszie, in der Tiefenfaszie, um die Muskulatur rum, dann irgendwann auch am Knochen. Das war für mich am Anfang eine große Mühe, wirklich das gedanklich so zu akzeptieren, dass wir das so machen können. Und ich hatte immer Angst, das fühle ich doch nicht richtig und so weiter, aber das kann man einfach mal machen. Und dann natürlich eben unter Anleitung, wir hatten ja hervorragende Referentin. So, man geht dann in den Körper rein. Und auf der anderen Seite hat man immer eine Kommunikation mit dem Organismus. Das heißt, man hört, man fühlt und hört und so weiter. Man lässt den Organismus auf sich zukommen. Wo komme ich hin? Erstmal gehe ich jetzt zum Beispiel bis zur Wirbelsäule. Und dann war das ein großes Erlebnis für mich, dann letztendlich zu fühlen, wenn man auf dem Bauchfell ist. Also angenommen, man entscheidet sich ja, das ist nicht im Bewegungsapparat, sondern mehr kommt aus dem Bauch heraus. Also viszeral, parietal und zwar das sind Fachbegriffe, wo man jetzt sich hingezogen fühlt. Und das Anfangserlebnis war, dann zu fühlen, dass sich das Bauchfell, wenn man irgendwann auf der Grenze zum Bauch ist, dass es sich anfühlt wie ein Bauchfell. Also, stell dir mal vor, bin jetzt da und dann bin ich am Bauchfell angelangt, kurz bevor ich jetzt in den Bauch will. Und dann fühlt sich das Bauchfell genauso an, wie es ist. Das ist ja keine Einbildung. Glatt und eben und ein bisschen flexibel. Das war aufregend. So, und das heißt, man nimmt die Gedanken in der Kommunikation neben ihren Weg und erfahren vom Organismus oder von dem ganzen Körper in der Kommunikation, wo es lang geht. Und zwar werden natürlich, wo keine Blockaden sind, da ist es durchgängig, da kann ich immer weiter. Dann geht es eben mehr in den Bauch rein oder in den Bewegungsapparat. Oder kraniosakral bedeutet dann, dass tatsächlich die Blockade zwischen Kreuzbein, Becken und Kopfbereich stattfindet. Man bahnt sich praktisch wie ein Skiläufer seinen Weg und geht dort, wo keine Blockaden sind oder weniger, kommt man durch und wo die Blockade ist, bleibt man hängen, weil die Zellen ja starre sind. Und da antwortet er, an der Blockade hat der Körper Angst. Er antwortet nicht, er kann sich nicht lösen, er kann sich nicht äußern und da bleibe ich dann hängen erst mal. Und dann kann ich doch eine Art Diagnose stellen. Die Blockade ist zum Beispiel eine Halswirbelsäule oder die ist tatsächlich im Zwerchfell und das hängt dann mit dem Magen zusammen. Wir wissen ja, dass der Magen mit der Leber und der Milz alles flexibel verbunden ist mit dem Zwerch, mit der Rückenfasie. Das heißt, so ein bisschen anatomische Kenntnisse gefährlich. Wollte ich gerade sagen, tatsächlich habe ich mir gerade gedacht, man braucht wahrscheinlich sehr gute Kenntnisse der Anatomie, weil du musst ja erst mal wissen, wo das alles platziert ist und dann, das muss ja mal schon erst mal mitbringen, wenn man jetzt die Osteopathie erlernt. Ja. Genau. Und dann wahrscheinlich sollte man auch wirklich sehr vernetzt sein mit seinen Gefühlen und mit seinem Körper, weil viele Leute können das ja gar nicht und müssen vielleicht erst mal das erlernen, bevor sie dann sich in die Osteopathie reinbegeben, oder? Als ich im Studium die Anatomie gelernt habe, war das eben auch so ein Trauma, dass ich alles sofort wieder vergessen habe. Ich habe es eigentlich erst... Du musst an dieser Stelle einmal sagen, du bist ja ein sehr intelligenter Mensch, aber du redest immer von dir, als du bist so ein bisschen doof. Deswegen... Golfspieler sagen, ich hätte nur das Antikappt. Ich habe tatsächlich... Ich kann mir Theorie schlecht merken. Ja, weil du ein Lerntyp bist, der die Dinge erst versteht, wenn du sie akzeptieren kannst und wirklich verinnerlichen kannst. Ja. Das ist ja... Deswegen brauchst du die Dinge auch immer in einfacher Sprache sozusagen. Richtig. Ja. Das war ja dann auch... Ich habe nicht alles wieder vergessen. Natürlich. Aber die Grundzüge, also einige Fachbegriffe und Dinge, die gehen gerade schon im Hintergrund. Ich habe es eigentlich erst richtig gelernt durch die Chirurgie. Ja. Als ich gelernt habe, Gelenke zu operieren und Bäuche und frage mich was alles. Aber letztendlich außer Gehirn habe ich ja nun wirklich fast alles operiert und auch mehrfach. Da war das dann... Hat sich natürlich ein totales Bild geformt. Und auch die Einzelheiten, wie sich ein Daumen anfühlt, ein Gesunder und so weiter. Das war ja das große, große Privileg, was ich hatte. Das ist alles gut. Aber in der Osteopathie ist es ähnlich. Wenn ich heutzutage eine Ausbildung, wenn ich eine Universität wäre, ich würde die Anatomie parallel mit der Osteopathie, ich würde das zusammen machen. Ich finde das absolut falsch, dass erst mal das gepaukt wird, das Fachwissen, und dann nachher irgendwie das wie bei Anwälten. Wir müssen ganzen Gesetze lernen, aber nachher in der Praxis lernen sie erst, was sie damit anfangen sollen. Brauchst du ein Grundgerüst. Du kannst halt in der Uni, wird ja nur gelehrt, was evidenzbasiert ist oder in irgendeiner Form auch bewiesen werden kann. Deswegen glaube ich, ist das für die Osteopathie noch am weitesten weg, da irgendwie viel Anklang zu finden. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Aber ich bin da auch nicht auf dem neuesten Stand, wie es gerade da um die Osteopathie geht. Also damals war gar nichts, sondern es wird einfach nur alles belächelt, was er aus der Richtung kann oder ignoriert. Ich würde ja hoffen, dass es heute ein bisschen anders ist, aber ich weiß nicht so recht. Aber wenn ich mal Unidirektor werde, nein, werde ich nicht, aber ich würde dafür kämpfen, dass die Studenten von vornherein das Fühlen gleichzeitig lernen. Also nicht lernen, was ein Knochen ist, sondern auch befühlen. Am Organismus. Also man kann doch fühlen, wie ein Zwerchfell funktioniert. Man kann hören, man kann fühlen. Und ich will das zusammen machen, weil wer mal das fühlt, wie sich etwas anfühlt und dann die Theorie dabei lernt, der vergisst es niemals. Das ist ja alles in der Kombination. Niemand wird einen todsterbenskranken Hund einfach nur zum Osteopathen schicken und sagen, sonst brauchst du nichts mehr machen. Das ist ja immer, gerade in unserem 5E-Konzept, ist es ja eine Kombi aus Tiermedizin, also aus Osteopathie, Maschinentherapien und ich meine eine Blockade, wie will man die sonst anders feststellen? Die siehst du ja nicht auf dem Röntgenbild unbedingt. Das ist das. Die ist eben so nicht evident, das ist eben nicht so nachweisbar. Aber es gehört total dazu. Ich habe jetzt mal gehört, dass die Osteopathie in den USA wesentlich höher eingestellt wird und auch angesehen ist. In Deutschland ist das eben so, das eine sind die und das andere sind die anderen, die eben verschiedene Dinge machen. Das muss zusammengehören. Und gute Orthopäde muss aus meiner Sicht auch eine Osteopathie sein. Ja, weil klar fühlen, das sind doch die Grundlagen. Ich erinnere mich ganz früher an, weiß ja, dass ich uralt bin, an die alten Ärzte. Die haben das noch gemacht, die haben auch den Blinddarm gefühlt. Heutzutage, das wird immer mehr zurückgedrängt. In der Tiermedizin setze ich mich dafür ein, dass solche Dinge viel mehr gelehrt, aber auch gelebt werden. Und da kann man die Besitzer nicht ausschließen. Die müssen misserhelfen. Die können frühzeitig ja fühlen, dass ihr Hund am Rücken eine leichte Blockade hat oder an den Hüften empfindlich ist oder eben eine Kopfschwellung oder eine Kopfhitze auch. Das gehört dazu. Und du hast vollkommen recht, Osteopathie reicht ja auch nicht aus. Das ist zwar toll, also ich kann den Hund dorthin bringen und die machen erstaunliche Dinge und wirklich sehr effizient, wenn sie gut sind, wenn sie auch trainiert sind. Aber der Körper, der vorher seine Blockaden gebildet hat, der hat das ja nicht innerhalb einer Woche gemacht, sondern die sind lebenslang oder monatelang zumindest mal entstanden. Und meine aktuelle Meinung ist auch die, dass das natürlich immer die Tendenz hat, wieder zurückzurutschen. Also dass jetzt wirklich die Osteopathie das Problem ein für alle Mal lösen kann, ich glaube, das behaupten die Osteopathen auch selber nicht. Gut, dann kann man sagen, da muss man halt in einen bestimmten Turnus immer mal wieder hingehen. Aber aus meinem jetzigen Verständnis kommt, dass das eben mit anderen Dingen zusammenkommen muss, damit die Anatomie und die Zusammenhänge sich neu bilden können beziehungsweise schon sogar manchmal so bilden können, wie sie vorher noch nie waren. Wir wissen ja, dass die meisten Blockaden, jetzt gerade in der Mitte, in der ersten Lebensphase angelegt werden, also sechs, sieben Monate. Ja. So, bedeutet, die Zellen müssen mehr Sauerstoff bekommen, das Blut muss sauber werden, sagen, es sollen Verfahren kombiniert werden, die auch richtig was an der Anatomie bewerkstelligen können, wie zum Beispiel die Laserbehandlung, wo tatsächlich dazu geführt werden soll, dass neue Mitochondrien entstehen. Nährstoffe, ganz großes Gebet. Ja. Vitalstoffe, wenn eine Blockade durch Magenprobleme letztendlich gefördert wurde oder sogar entstanden ist, dann muss natürlich auch erst mal die Verdauungsfähigkeit angehoben werden, weil diese Körper bilden zu wenig B12, zum Beispiel nur, blockierte Körper bilden zu wenig B12. Die haben zu wenig Resorptionsqualitäten, dass sie die Nährstoffe, wenn sie überhaupt in der Nahrung drin wären, überhaupt aufnehmen können. Ja. Auf der anderen Seite, ihr findet eine eine Verarmung an Nährstoffen statt, überall schon ewig lange. So, das heißt, wir müssen erst mal gucken, dass der durch Magen-Darmkorn, dass der mehr verdauen kann, dass es sauberer wird, dass die Bakterien stärker werden, dass dann Nährstoffe auch zugegeben werden, die für die Faszien halt sind. Das Hauptsegment der Osteopathie ist ja letztendlich das Faszien-System. Ja. Lass uns da nochmal gerade hin zurückgehen. Das heißt, man fühlt sich durch den Körper, hat jetzt eine Blockade erkannt. Genau, da bin ich hängen geblieben. Genau, was macht man dann? Man wartet oder man gibt dem Körper eine Aufforderung, dass er die Blockade lösen kann. Klar. Ja, man erlaubt der Angst, frei zu werden oder beziehungsweise sich zu äußern. Man beschäftigt sich liebevoll mit der Erstarrung. Ein bisschen philosophisch, aber ich empfinde es so. Und dann beginnt der Körper zu arbeiten. Noch ein ganz anderes, ganz kurz noch ein Einschub. Ich war ja vorhin am Bauchfell. Das ist schon ein Erlebnis. Das ist ganz toll. Aber noch stärker war für mich das Erlebnis, dass ich im Bauch fühlen konnte, dass der Darm sich um seine Achse dreht. Wir denken ja immer, da ist der Magen, da ist der Darm. Und der Darm dreht sich um seine Achse ein bestimmter Turnus pro Minute, weiß nicht, drei, vier Mal. Das weiß ich gar nicht jetzt genau, aber auf mehrfach dreht sich um seine Achse. Aber das geht natürlich nur, wenn der flexibel ist, wenn der gut funktioniert. Wenn nicht, muss ich gucken, woher das kommt. Dann muss ich weiter nach vorne, in die Aufhängung, in die Gegrösewurzel, also in die Aufhängung von Magen, Milz, Zwölffingerdarm, Bauchspaltdrüse und so weiter und so weiter. Das heißt, ich fühle etwas, und das war abenteuerlich zu fühlen, wie der Darm sich da bewegt. Gut, das ist schon fast gruselig. Aber fantastisch. Das heißt, alles im Körper ist, wenn es gut geht, in Bewegung. Selbst jede einzelne Zelle ist in Bewegung. So. Das heißt, wenn man die Blockade jetzt gefühlt hat, entweder man hat einen Zusammenhang vom Kreuzbein zum Kopf, also kraniosakral heißt es ja, dieser Zusammenhang, oder eben Verdauungsorgane in Bezug zum Skelett, zur Muskulatur zum Beispiel, dann geht man dorthin und die haben das so geschrieben, der Körper fängt an zu tanzen. Also man wartet tatsächlich ab, man gibt ihm die Möglichkeit, die Blockade sich zu lösen. Bedeutet, dass der irgendwann anfängt, sich zu bewegen. Das ist auch schon wieder gruselig. Also gruselig toll. Eine Bewegung. Und die haben das so geschrieben, wie ein Tanzpartner. Man nimmt die Bewegung an. Der Körper wird praktisch wie zum Tanzpartner. Alles beeinflusst sich gegenseitig. Der Tanz geht wie automatisch. Ein guter Tanz geht ja einfach so. Durch Harmonie der aufeinander abgestimmten Bewegung. Und auch des Geistes dazu. Das bedeutet, dieses Entspannen, das sich lösen, erlaubt dem Körper, diese Blockaden, sagen wir mal, zu lösen. Keine Angst mehr davon zu haben. Und dadurch beginnt eben, dieses Gebiet, wo das herkommt, oder die ganze Verknüpfung an, zu schwingen. Man stellt eigentlich die Schwingungsfähigkeit. Die Erstarrung weicht der Schwingungsfähigkeit. Das löst der Körper aber selbst. Das heißt, wenn man jetzt in dieser, sagen wir mal, leichten Bewegung ist, das ist ja auch nichts Starkes, oder was man jetzt von außen großartig sehen kann. Man fühlt das nur. Das geht und dann löst sich doch tatsächlich eine Gesamtverkettung von erstarrten Zellen und Gewebsformen und kann dadurch, wenn es gut geht, eben durch den ganzen Körper gehen. Und der ganze Körper kann sich letztendlich, wenn es optimal geht, eben entspannen. Oder man kann ein Teilgebiet bearbeiten und macht es dann eben drei Wochen später. Das Nächste. viele Organismen sind ja so verblockiert, dass man natürlich in einer Sitzung das auch nicht alles lösen kann. Aber zumindest mal, ja. Ist das denn auch physisch also wirklich eine Art Massage oder sowas? Oder ist das wirklich alles ohne Anpassung? Also ohne, wie nennt man das? Ja, ohne Manipulation. Eigentlich ja. Nimm mal einen Schluck Wasser hier, du. Sabbe ich schon. Hast du da was reingetan? Eigentlich eigentlich nein. Natürlich ist das trotzdem auch eine sanfte, also Massage nicht, aber schon eine Beeinflussung. Ja. Also ich mache das jedenfalls so, dass ich nachher natürlich den Rücken freisteiche, aussteiche, Energie auch irgendwie noch eine Hilfe gebe, hier, mach weiter. Das ist ja auch wieder eine Art von Kommunikation. Also ganz ohne kann ich mir schlecht vorstellen, aber ich glaube, die klassische Osteopathie würde sagen, dass da eigentlich keine Manipulation ist, sondern ermöglicht, man ermöglicht dem blockierten Körper oder seinen Regionen sich selbst zu befreien. Rewinding, also freimachen. Es klingt schon alles so ein bisschen spirituell, muss man sagen. Wenn es gar nicht aus dieser Welt kommt, sag ich mal, oder nicht viel mit alternativen Methoden zu tun hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das etwas ist, was man vielleicht noch so am wenigsten verstehen kann. Und vielleicht, weil man eher der wissenschaftliche Typ ist oder Beweise braucht und man möchte das verstehen, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen mit Physik oder Quantenphysik oder so erstmal beschäftigen, um überhaupt zu verstehen, wie kann denn Kommunikation zwischen Zellen und zwischen Körpern und so passieren, ohne dass man vielleicht extrem viel macht im Sinne von Ja, also ich würde empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, dass man tatsächlich sich ein Buch erstmal kauft oder sogar im Internet nachschaut, was Ossipati bedeutet. Es gibt also zwei hervorragende Bücher, die wirklich finde ich toll darstellen. Da ist schon wissenschaftliche Begriffe sind dabei, aber ich glaube auch Nall kann es gut verstehen. Zumindest mal die Grundprinzipien, dass man so die Fachwörter ein bisschen kennt, was bedeutet es, weil aus dem Begriff der Fachwörter kommt schon irgendwie auch ein Grundsatz der Ideologie raus. Also das hineinfühlen und auf der anderen Seite dem Körper zu erlauben oder zu ermöglichen, dass er sich die Reflexzone entspannt, das kann man ja auch gut verstehen, wenn das gut dargestellt wird. Also das würde ich eher empfehlen. Ja, schreibt mir die gleich mal auf, dann kann ich die unseren Hörern bedinken. Und genau, vielleicht machen wir ja auch mal einen kleinen Akademiekurs zum Thema Osteopathie. Ich habe heute, das war nicht beim violetten Schmetterling, was war denn das? Hummel. Was ist Hummel? Ja, es könnte Hummel gewesen sein. Nein, es war der Eichelherr, der nämlich den Habicht nachgemacht hat. Der verarscht mich immer, wenn ich draußen bin, die sind ja Spötter. Aber ich erkenne inzwischen genau, weil der Eichelherr, der wiederholt sich, der macht es nach. Dann Habicht macht immer nur einzelne Rufe. Daran kann man uns ganz gut erkennen. Da habe ich nämlich gedacht, wir sollten uns das Ziel vornehmen, eine Osteopathie ist jetzt keine, dass man irgendwas wegnimmt oder irgendwas, sondern einfach die Grundzüge, irgendwie ein Seminar oder ein Webinar so zu veranstalten, dass normale oder Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, einen Einstieg bekommen. Ja, genau. Also nicht, sie sollen was selber machen, aber was kann man einfach so ohne Vorbildung am Körper fühlen. Da gibt es sehr viel, was man schon fühlen kann. An den Bändern, an den Gelenken, am Bindegewebe vor allen Dingen, an der Wirbelsäule, auch beobachten und das Gefühlte mit dem Beobachten, Beobachten, in ein Gesamtbild bringen. Ich glaube, das ist nicht nur abenteuerlich interessant, sondern auch enorm wichtig. Also gestern, ich habe, durch Zufall, war die Fitnessmesse. Ja. Fibo. Ja. Fand ich irre auf der anderen Seite. Ganz viele Geräte und neue Computer und frag mich, was alles. Und da hat eine Frau aber gesagt, die einfache Botschaft, wir müssen uns in Zukunft immer mehr um uns selbst kümmern, sonst sind wir verloren. Wir müssen selbst uns fit halten. Und wenn wir nicht fit sind, dann müssen wir uns dazu bringen. Und wenn wir krank sind, müssen wir uns auch dazu selbst, was heißt gesund machen, aber wir müssen dazu beitragen, dass wir wieder gesund werden. Ganz einfach. Das ist beim Hund auch so. Wir werden immer mehr in die Verhältnisse kommen, dass wir selbst mehr am Hund und an der Katze, auch am Pferd, fühlen und interpretieren können, was wir alles eben erkennen und was es bedeutet, um eben prophylaktisch oder schnell genug etwas zu bemerken, agieren zu können, etwas zu machen und auf der anderen Seite, auch wenn das Problem mal da ist, trotzdem möglichst viel Signale zu erhalten, was man selber tun kann. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wir haben eine dermaßen hochstehende Tiermedizin, wir haben so viel Geld, was überall in die Bereiche rein rutscht und auch investiert wird, alles in Ordnung, aber wir haben zu viel krankerunde. Da ist irgendwo, ist da ein Bruch. und das bedeutet, diesen Bruch können wir nur selbst als Besitzer versuchen aufzufüllen, wenn wir Dinge auch selbst erkennen und auch mit guten Sachen beeinflussen können. Das ist mein Veto. Vielleicht schaffen wir das ja, das wird schwierig, aber das ist wirklich eine Aufgabe, da etwas Sinnvolles zu machen, wo wirklich nachher auch eine Art Grundstein gelegt wird, dass die Menschen dazu auch aufgefördert werden, mehr zu fühlen und wahrzunehmen und auch dem Organismus mit einfachen Dingen zu helfen. Finde ich gut. Ein gutes Vorhaben. Ich würde sagen, hier beenden wir das Thema für heute, aber es ist ja noch lange nicht alles gesagt zur Osteopathie. Deswegen können wir uns ja mal überlegen, wenn das interessant war, für unsere Zuhörer nochmal eine zweite Folge zu machen, vielleicht mit ein bisschen mehr Detail oder mit Fragen beantworten, aber ich glaube, für heute war das mal ein ganz guter Anriss und ja, es war heute auch eine schwärmerische Ummantelung dieser ganzen Dinge, die fast schon ein bisschen philosophisch war. Das hat natürlich wenig Details gehabt. Das sollte man zum zweiten Mal oder zum dritten Mal sogar vornehmen, dass wir das mal einfach mal fachlich durchgehen, was die einzelnen Begriffe sind, dann wird sich noch mehr ein Bild formen, was alles dahinter steht. Genau. Ja, sehr gerne. Ein aufregendes Thema und es fordert uns praktisch auf, sofort darin weiterzudenken und weiterzuarbeiten und immer nochmal mehr Wissen dafür zu schaffen. Genau. Okay, gerne. Ja. schönen Sonntag noch. Ja, eben so. Und? Schön rausgehen. Ich war schon draußen. Vielleicht guckt ihr mal, ob ihr auch einen violetten Schmetterling seht. Wenn nicht, ist es auch nicht schön. Genau. Gut. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.